Welcome zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kurzen Infovideo, das ich jetzt schon zum zweiten Mal aufnehmen muss, weil ich gerade gefällt habe bei der Aufnahme, weil mein Mikrofon nicht eingesteckt war. Ja, das ist jetzt ein bisschen tragisch, aber egal, wir versuchen es natürlich trotzdem heute wieder. Und zwar, wie gesagt, ein kleines Infovideo. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist aber nicht zwingend nötig, weil es ist halt nur ein Infovideo, in dem es vier kurze Informationen gibt. Und dann bin ich auch schon wieder weg, weil das ist ja schon das vierte Video für heute, deswegen ja auch die vier Informationen. Die erste, relativ easy, innerhalb der nächsten 45 Tage wird irgendwann die Gamescom sein. Das heißt, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben und immer wieder fragen, Max, bist du auf die Gamescom? Ja, alle fünf Tage. Von Mittwoch bis Sonntag werde ich da sein. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich jeden Tag die Möglichkeit, mich zu sehen. Von Mittwoch bis Freitag auf jeden Fall. Samstag weiß ich noch nicht so genau, kommt drauf, wann wir 96 im DFB-Pokal spielen und ob wir vorhaben, da wirklich hinzufahren. Also das ist zumindest Rons Plan. Ich weiß auch nicht, ob wir das in die Tat umsetzen. Und Sonntag werde ich nämlich aussehen. Ich habe sogar am Sonntag Geburtstag. Das heißt, alle, die mir zum Geburtstag gratulieren wollen, ihr könnt es am Sonntag tun, ich erwarte Geschenke. Nein, Spaß natürlich nicht. Aber auf jeden Fall, Sonntag bin ich auch noch da und Sonntag habe ich Geburtstag. Von daher werden das so ziemlich interessante fünf Tage. Wir sind da in einer Ferienwohnung. Für alle, die wissen wollen, Max, in welchem Hotel bist du? Haben die noch Pätze frei? Nein, es gibt so gut wie keine Hotels mehr. Den können wir, wenn man nicht gerade zelten will, dann ist man komplett aufgeschmissen, weil dann ist da nichts mehr da. Wir haben relativ früh eine Ferienwohnung gebucht und damit sind wir auch ganz zufrieden. Damit sind wir schnell in der Stadt. Wir werden bestimmt abends auch mal in die Stadt fahren oder so. Also auch da können wir mich theoretisch treffen, aber natürlich am hauptsächlichen Punkt auf der Games kommen. Ich werde dann meistens in der FIFA-Halle sein. Ich werde wahrscheinlich auch bei den Abonnenten treffen von den ganzen FIFA-YouTuber, mich mal so zeigen. Aber ansonsten steppe ich da irgendwo rum, ob ich selber feste Termine mache, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie groß da der Anrang ist, mich zu sehen. Ich meine, ich bin jetzt nicht so spektakulär. Aber ja gut, von mir aus könnt ihr da gerne kommen und eure Katze signieren lassen oder sowas. Ist mir vollkommen lax. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Das werden sehr interessante fünf Tage, wie schon gesagt. Ich werde mich darauf sehr fokussieren, FIFA anzuzocken. Ich freue mich da schon extrem drauf und allgemein auch so Call of Duty und sowas eventuell die ganzen anderen YouTuber zu sehen. Natürlich auch die englischen YouTuber. Ich freue mich extrem darauf und ich denke mal, das wird eine sehr, sehr geile Zeit. Allgemein muss ich dazu sagen, dass die nächste Information, ja, so ein bisschen, ja, was damit zu tun hat und zwar Livestreams. Ihr wollt immer wieder Livestreams haben. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Es macht Spaß zu streamen, wenn nicht gerade wieder irgendwas nicht funktioniert. Aber die Zeit ist einfach momentan nicht da. Ich bin momentan noch ein bisschen erkältet. Deswegen bin ich noch nicht so, habe ich noch nicht so Bock. Aber ab Juli, denke ich mal, spätestens werde ich anfangen zu streamen. Nicht jeden Abend, aber immer, wenn ich Bock habe. Also fast jeden Abend. Wenn ich gerade meine Freundin hier ist oder vielleicht auch mal, wenn meine Freundin hier ist, die werde sie Ende Juli spätestens zu Gesicht bekommen. Und von daher mal schauen, wie das Ganze so laufen wird. Allerdings kann ich auch nicht jeden Abend streamen, weil ich habe im Juli gerade sehr viele Sachen vor. Und zwar bin ich am 4. Juli, habe ich Abi entlassen. Das heißt, da kann ich schon mal nicht. Am 10. Juli habe ich Abschlussball, kann ich auch nicht. 11. Juli habe ich auch, Geburtstag ist da, glaube ich, kann ich auch nicht. Am 12. Juli fahre ich nach Hamburg. 13. 14. Da bin ich auch in Hamburg. Das heißt, die Termine fallen alle schon mal flach. Am 24. oder 25. bin ich in Hamburg. Am 26. fliege ich wahrscheinlich in Urlaub. Am 4. komme ich wahrscheinlich wieder. Und dann ist die Gamescom bis zum 10. Also das wird relativ schwierig, in dieser Zeit zu streamen. Aber ich werde trotzdem so oft streamen, wie es geht. Ich werde eventuell irgendwann nochmal einen 24-Stunden-Livestream starten. Je nachdem, wie Tobi, Jan und Ron das so sehen, ob die Zeit haben und so weiter und so fort. Also wir werden das auf jeden Fall irgendwie hinbekommen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze laufen wird. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, wann ich diese Streams mache. Werdet ihr dann immer auf YouTube und auf Facebook und eventuell auch auf Instagram sehen. Also folgt da auf jeden Fall, beziehungsweise abonniert da auf jeden Fall. Dann wisst ihr Bescheid, wann das Ganze startet. Und könnt immer dabei sein. Ob ich Partner werde, weiß ich noch nicht so ganz genau. Da war gerade ein schöner Voice-Break drin. Ein Partner. Egal. Ob ich Partner werde. Schon wieder. Es gibt doch gar nicht. Ob ich Partner werde bei Twitch, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich bin ja relativ inkompetent bei sowas. Ich weiß beispielsweise nicht, wie ich hier oben eine Donation baue. Ich weiß ja nicht mehr, wie man Donations einbauen kann. Hier irgendwie Musik und alles Mögliche und Subscribe und bla. Und ja, nee. Weiß ich noch nicht. Vielleicht kann das irgendjemand von euch, der kann mich gerne anschreiben. Skype, Twitter, Instagram, Facebook. Wo ihr wollt. Könnt mir auch einen Brief schreiben, wie das funktioniert. Oder ob ihr das für mich einrichten könnt. Wäre super lieb. Das wäre dann nochmal ein bisschen professioneller so. Und das wäre ganz cool an sich für die Livestreams, wenn ich da auch Partner werden könnte. Beispielsweise in der Qualität und so weiter und so fort. Müssen wir einfach mal schauen, wie das sich so entwickeln wird. Die Hauptinformation, beziehungsweise der eigentliche Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, ist, dass es in nächster Zeit immer drei Videos pro Tag geben wird. Das ist eine relativ coole Neuerung für euch. Denn ich habe jetzt einfach viel zu viel teil. Ich werde wahrscheinlich nicht jeden Tag das Ganze durchhalten. Aber wahrscheinlich meistens. Es würde jeden Tag immer eine Prediction kommen. Von FIFA 16. Ist logisch. Dann dazu Seven Minutes Quads, Pack Road to, glaube ich, ab und zu. Das ist dann nur noch so eine Lückenfüller-Serie, FAQ und Karrieremodus. Ich weiß nicht, warum ich den Mittelfinger zeige, aber es ist vollkommen egal. Das sind die Serien, die dazu noch kommen werden. Das ist Video Nummer zwei. Vlogs sind optional. Das ist das vierte Video dann am Tag. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, weil ich auch ein bisschen was zu tun habe. Ich habe auch noch eine Freundin in Real Life und so weiter und so fort. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, auch kooperiert dann. Und die nächste Serie, und das ist der wichtigste Punkt, es wird nämlich eine neue Serie sein. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich habe ihn selber erst in Bulgarien kennengelernt quasi. Aber er ist ja schon zu meinem Lieblings-YouTuber aufgestiegen. Und das ist Wayback HD oder Swayback. Richtig geiler YouTuber. Nicht nur, dass er einen unfassbar geilen Coin-Promoter-Rap-Song vor seinen Videos hat. Also als Intro. Unfassbar lustig und unfassbar geil. Der Typ ist auch mega sympathisch. Macht richtig gute Videos. Und ihr könnt auf jeden Fall mal schauen, wenn ihr ihn nicht kennt. Ist noch ein bisschen unbekannter in der FIFA-Szene. So von den YouTubern her, hat nicht die Millionen, hat nur 350.000. Also kann man auf jeden Fall mal auschecken, weil der wirklich richtig geil ist. Und der macht eine Serie, die hat eigentlich gar keinen Namen. Das ist einfach nur, der baut ein Team und spielt seiner Spieler drin. Oder einen speziellen Spieler, um den er das Team gebaut hat. Beispielsweise, was weiß ich. Jetzt das letzte Video war, glaube ich, Team of the Season Depay. Das war dann Extinct, Memphis. Memphis, ja genau, Memphis, Team of the Season Depay, bla, bla, bla. Ja, solche Videos halt quasi. Player Reviews, im Endeffekt. Habe ich ja früher auch selber gemacht. Nicht in der Art und Weise. Aber Player Reviews waren ja früher mit so meine Spezialität. Das habe ich ja aufgegeben. Und Tobi mehr oder weniger überlassen. Weil, keine Ahnung, mich juckt das nicht mehr so. Mich findet die Art und Weise nicht mehr so ganz so cool. Aber das ist ja auch nicht so wild. Weil man könnte es ja anders machen. Das ist ja quasi so ein bisschen wie die Beast-Videos früher von KSI. Der und der ist Beast, ne. Akin Fan war es beispielsweise. Oder Antonio und FIFA 14 oder 13. Weiß ich gar nicht mehr genau. So ist das auf jeden Fall in der Art. Und sowas werde ich auch machen. Bei mir heißt die Serie dann Deal With und Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt Deal With dem Spieler, um den es halt in der Episode geht. Ich werde allerdings nicht irgendwas wie, was weiß ich, wie Memphis Depay machen. Oder wie Pogba oder wie Tevez oder sowas. Einfach, weil ich die Coins nicht dafür habe und auch nicht dafür ausgeben möchte. Beziehungsweise meine Spieler, die ich verkaufen möchte. Ich werde interessant, in meinen Augen interessante, ja, etwas nicht so teurere Spieler machen. Beispielsweise, fällt mir jetzt kein Name ein, Erkin als Stürmer. Wäre eine Variante gewesen, die ich auch ganz gerne gemacht hätte. Das hat er gemacht und ich werde auch versuchen, mich nicht mit ihm zu überschneiden. Aber das sind so die Spieler, bei denen ich sage, ja, sowas könnte ich mir auch vorstellen, das zu machen. Einfach Spieler, die für mich interessant aussehen oder die irgendwelche interessanten Sachen haben und vielleicht so ein bisschen Hidden Gem auch sind, die werde ich da mal ausprobieren. Und, beziehungsweise beispielsweise auch mal als Sechser, als Stürmer spielen und sowas halt. Einfach Player Reviews quasi machen, mehr oder weniger mit der Serie Deal With It, weil die Gegner dann mit diesem Spieler zu dealen haben. Und ich denke mal, das wird ganz cool werden. Ihr könnt mir in die Kommentare mal schreiben, was ihr davon haltet. Ihr könnt natürlich auch in dem ersten Video ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es halt einfach seine Cookie-Serie nicht. Das wird auf jeden Fall das dritte Video am Tag werden. Das heißt, ihr habt auch ansonsten genug Videos, mit denen euch vergnügen könnt. Ihr müsst die Serie nicht gucken, aber ich denke mal, vielen von euch wird die auch gefallen. Und natürlich ist es so ein bisschen kopiert von der Idee jetzt her. Aber im Endeffekt ist es ein Player Review. Ein bisschen geändert, ein bisschen von ihm inspiriert und so weiter und so fort. Und in der deutschen Community gibt es meines Erachtens keinen, der das macht. Und also abgesehen von den normalen Player Reviews jetzt, gibt es so einen, glaube ich, nicht. Es gibt ab und zu mal so ein paar, ja, Road to Division I oder irgendwas. Ich gucke die ganzen YouTuber ja nicht mehr. Aber so spielerbasierte Serien quasi mit irgendwie, was weiß ich, mit Pelé oder so. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Von daher ist das nicht so wild. Ich mache ja auch die Seven-Minute-Sports als einziger Deutscher. Zumindest als einziger Deutscher so regelmäßig und so auf dem Niveau und auf dem hohen, äh, frequentiellen Niveau. Also oft halt. Und, äh, ja, müssen wir einfach mal schauen, wie das Ganze laufen wird. Ich hoffe, euch stört es nicht. Ich hoffe, euch gefällt es. Und das war es auch schon mal im Info-Video. Äh, wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Infos gefallen haben, wenn euch die, äh, Zusagen und ihr sagt, ja, finde ich richtig geil, was in den nächsten Monaten passieren wird, lasst einen Daumen da. Ansonsten lasst es sein und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Hau rein und ciao.